Die Firma BWT ist bodenständig, innovativ, zukunftsorientiert und familiär. Die Firma BWT hat einen sehr guten Umgang miteinander, hat eine flache Hierarchie und sind alle per Team miteinander. Was zeichnet unser Team aus? Wir sind hilfsbereit, kollegial und haben gute Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Ein neuer Mitarbeiter sollte vertrauenswürdig sein, offen und kommunikativ sein, selbstständig sein und Freude an der Arbeit haben. Ein neuer Mitarbeiter darf von der Firma BWT erwarten, selbstständig arbeiten, gute Arbeitsmittel und die Unterstützung von langjährigen Mitarbeitern. Musik 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 Musik